und damit hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin zu dem hier begrüße euch ganz herzlich und freue mich dass ihr einschaltet zu einer neuen kurzen news und zwar gibt es seit gestern ein neues update für den lotus simulator und dieses wollen wir uns heute mal so ein bisschen anschauen denn es wurde gestern die version 1 ea 052 veröffentlicht unter anderem gibt es hier meine simulation performance optimierung wenn viele multiplayer busse unterwegs sind und tatsächlich das ist mega aufgefallen weil schauen müsste man sich jetzt beim nächsten mal mal direkt mal anschauen es ist jetzt ein flash screen hinzugefügt worden zum starten von lotus der sieht es jetzt dementsprechend so aus wenn ihr jetzt die note simulator startet wird unten angezeigt was hier zum beispiel alles geladen wird es ist eine 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 alternative sichtsteuerung eingebaut worden es kann nun auch mit der rechten maus gearbeitet werden dann gelten folgende kombinationen rechte maustaste shift ist das schwenken rechte maustaste und die kontrolltaste ist hier das horizontale bewegen nur f4 sicht rechte maustaste shift plus kontroll ist das vertikale bewegen rechte maustaste ohne etwas weiterhin sekundäre funktionen der bedienelemente weiterhin dann gibt es hier in der simulation bugfix probleme mit der initialisierung anderer wagen im eigenen zug und es ist hier ein neuer bugfix noch mal gemacht worden bei dem imax absturz bei piss ohne routen wird verhindert keine ahnung das ist mir persönlich noch gar nicht aufgefallen also von daher ist hier wahrscheinlich für den ein oder anderen vielleicht ganz interessant es gibt neues im content tool hier haben wir eine neue gebäude kategorie also unter anderem jetzt der feuerwehr content tool in it ready for movement funktioniert nun auch in den modulen dann gibt es weitere neuen content bei vehicle rolling wird nun gesendet also wenn das fahrzeug rollt bei den at bus stopp wird der fahrschein drucker informiert dass wir gerade gehalten haben im falle des dl wird die haltestellenbremse zurück oder zugrund gelegt so rum und der imax drucker kann jetzt das sonderzeichen dazu den sonderzeichen code lsk modus als zweites nach der linie eingeben und das ganze sieht denn dementsprechend so aus ja das habe ich selbst also aufgenommen das bild also nicht wundern dass ich da jetzt aber das hat halt so gepasst mit dem vogel und ungenuss software es gibt denn so weit der konnte für die gt6n neue blickrichtung im fahrerraum links und schräg links content bugfix wenn man irgendein controller berührt der nicht den soll wertgeber betrifft dann wurde die soll wertgeber position auf null zurückgesetzt mir persönlich gar nicht aufgefallen und ich habe hier alles angeschlossen so eigentlich so und content gt6n bugfix fehler beim anzeigen der obersten haltestelle in der gesamtliste dann gibt es noch neuen content die busfix wurde noch mal aktualisiert von steven und es gibt mal wieder neue objekte von jufer diese wurden erweitert und aktualisiert das ist ja das paket ist schon mega mega alt und das ist jetzt aber noch mal wieder was neues gibt damit hätte wahrscheinlich keiner gerechnet aber nun so ist es das sieht also auf jeden fall das soll und das ist das neue update von lotus 1 ea 052 wird natürlich alles automatisch installiert also solltet ihr den lotus simulator besitzen dann sollte das update bereits schon installiert worden sein ja es ist egal ob jetzt bus oder bahn das update kommt so oder so so und das war es eigentlich auch schon von der kurz news wie gesagt ich wollte euch darüber nur berichten dass ein neues update da ist auch schon anfang 2020 großartig hier wird immer noch heiß gearbeitet und wir finden es klasse ich hoffe euch hat die news gefallen wenn ja lasst ein like da schreibt es in die kommentare und wir sehen uns dann zu der nächsten news wieder wenn es hier weitergeht mit den news ich verabschiede mich bedanke ich sage tschüss